Jetzt brauche ich nur noch eine fette Knabbe, am besten so eine M107 und dann bin ich zufrieden. Ich sehe eine Mini-Kapelle. Ja, wohl, eine fette Waffenkiste. Mit einer MXSW 6,5mm, leichtes Maschinengewehr. Und noch eine PDW, will die jemand haben? Ach, das ist eine Hauptwaffe. Aber ich glaube, wenn man die Knarren verkauft und die wir jetzt schon haben, zumindest die, die wir nicht brauchen, dann können wir schon eine Party machen, ne? Wollen wir das mal als Priorität setzen, bevor wir erschossen werden? Naja, würde ich so sagen, ja. Gut, dann würde ich sagen, da wir, ne, wir haben keinen Händler weit und breit. Dann nehmen wir den an der Küste, oder? Links. Also links von Sharkia. Ja, aber erstmal Sharkia durchsuchen, glaube ich, oder? Ich gehe jetzt mal zum Händler, das ist mir wichtiger. Weil es sind so viele Spieler hier und ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie friendly sind oder nicht, ob es das überhaupt gibt. Also das Prinzip des Netzseins. Ich weiß nicht, wo ihr seid, ey. Ich bin jetzt 330 Meter vor der Kapelle. Vor der Stadt. Ich bin 600 Meter vom Händler entfernt. 700 Meter vom Händler. Hä, da müsst ihr hinter mir sein. Ich sehe dich gar nicht. Hast du dich getarnt, ne? Ich mach Buschlaufen. Ich mach Tarnen, ey. Ich hab jetzt mal in DayZ versucht, mir einen Ghillie zu bauen. Das ist ja sau viel Arbeit. Hast du das schon mal gemacht, Toxic? Nein. Oh, ich hätte echt gerne mal einen. Einfach mich mal so ins Gras legen und keine Sau sieht einen. Ja, ich sehe dich, du läufst gerade über die Straße, oder? Ja, wo bist du denn? Ich seh dich immer noch nicht und ich hab Nachtsicht gerührt. Gucken wir noch rechts. Ach, da hinten, okay. Es gibt nur noch 40 Energie. Oh nein, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Und hier ist ein Schrank. Wunderbar. Oh fuck, ne MK20. Alles gleich in den Rucksack packen. Jetzt haben wir definitiv genug Kohle. Ich hatte gerade für einen Augenblick gedacht, da steht ein Truck. Das ist leider nur ein Wrack. Ja, Wracks gibt's ja hier mehr als genug. Ja. Ich hoffe ja mal, dass die Modder, die Epoch dann modden, die ganzen Fahrzeuge aus AMA 2 reinnehmen. 7,62 Millimeter, 150 Schuss, kann ich leider nicht mehr nennen. Der Händler redet nicht mit mir. Ich krieg keinen Shop. Ach, die erste Kapelle ist leer. Jetzt hab ich nen Shop. Oh geil, der verkauft ne Multigun. Kostet aber 110. Okay, ich hab keine Krypto. Toxic, du hast nur im Wald bekommen. Ja. Geil, ich hab nen Night Visions Go. Oh, das kostet auch Energie. Oh Mann. Okay, dann renne ich schon mal nach Charkia. Erstmal guck ich mir das Gebäude da drüben an. Ich hab noch einen Krypto übrig. Okay. Ein Glücks-Krypto. Pass auf, dass du nicht verlierst. Oh ja. Toxic, hast du den Group im Wald schon angenommen? Nein, noch nicht. Achso. Schon gedacht, ist es wieder verbuggt, weil ich dich nicht sehe. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie darum bemühen Lockboxen zu finden. Jetzt seh ich dich auf der Karte. Aber wenn's ja eh verboten ist Basins zu zerstören, so ein Lockbox ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ach, ich find schon. Und ich hab Weagle Red Pepper. Oh, wir hatten geschossen. Doxic hast du geschossen? Nein, ich hab aber auch nichts gehört. Ich hab einen Knall gehört. Ja, vom Unbitter. Das war das rote Gummivote. Das kann auch sein. Klang eher wie so eine 9mm. Ach. Ich seh hier gar nichts. Nicht schön. Ich bekomme noch Energie für immer Nachtsicht gerät, das ist traurig. So, ich bin bei der Kapelle. Ja, wir sind noch ein paar Kilometer entfernt. Also in einen. Und hier ist auch wieder nix. Ja, ja, Quefelein im Dunkeln. Wow, hier ist ein kaputtes Auto, Donny. Was? Wie, was? Ja, mitten im Zaun. Ein Hatchback. Sport vielleicht sogar. Da fehlen drei Reifen. Wo bist du denn? Ja, hm. Hier halt, ne? Lauf auf Richtung Händler zu. Okay, da braucht drei Repair Parts. Hatchback Sport. Ich hab eins schon mal, das werde ich schon mal einbauen. Ich hab zwei. Passt doch. Ja, äh, wo bist du? Also. Ich lauf dir entgegen theoretisch. Und ich seh ja, wo Bob ist. In Richtung. Oh, der hat schon relativ schnell. Ich komm euch an. Der bei der Tankstelle oder der da drunter? Der da drunter. Der fährt zwölf, dreizehn Sachen. Ich komm euch einfach entgegen. Oder zu dir. Und ich krieg Energie. Jawoll. Gerettet. Komm euch mal entgegen. 900 Meter noch bis zur Kapelle. Soll ich das Licht anmachen? Dann siehst du mich. Ich mach den Scheinwerfer einfach mal an. Ja, ich glaub besser ist vielleicht die Kapelle vor der Stadt oder in der Stadt? Ich hab die mittlere markiert. Aber egal, du wirst mich ja sehen. Du wirst mich auf dem Kilometer sehen wahrscheinlich. Ich bin ja nämlich auch grad in der Kapelle, aber ich weiß. Guck einfach mal Richtung Westen. Oh fuck, Offroad fahren kann ich vergessen. Egal, geht nicht anders.